ARD Text im Auftrag von Funk Wir haben durchs Map-Kentnis gehen mal weiter ausbreiten Es gibt äh... Da gibt es auch ein paar Videos auf Youtube, die so geil sind, wo Leute sich so verstecken Da kommen alle fünf durch die Tür Und er kommt dann einfach von hinten und messert ein nach dem anderen Das hätte ich ja machen können, aber das Problem war, die sind genau in diesem Moment Und ich hoffe ich habe schiessen, da sind sie links und rechts vor der Türe und haben gegen die Türe geschaut Das heisst, beide könnten rein theoretisch einfach einen Blick nach links wagen Und dann wäre ich tot gewesen Dann habe ich ja verschiessen und habe Party bekommen Und danach sitzen einfach die ersten auf den Stärken, die verdammte Fatze Hast du sie geholt? Ja Wir haben ja im Glück ganz verstanden Es war genau so überrascht wie ich, nur habe ich schneller abgedruckt So, oh schade Eigentlich wollte ich einfach hochlaufen und dort genau auf dieser Position, um mir den Frost vorher geholt zu sitzen Und äh Ähm Wollen dingseln, weisst Ähm Da habe ich es gar gesehen Loll Aber ey, jetzt zuerst mal die Hintzusammenstellung Wir haben drei Leute Drei Leute, die dafür Da zu sind, die Barrikaden zu zerstören Bug ass, Latsch Ja Fuse kann durch die Barrikaden durch und der Capy kann sowieso alles Nein, der Capy ist einfach endlos nervend und eine geile Fotze Chlee NoCayBi, yum 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 Haaaa Das hat er so ganz geil gefunden in meinem Rap Video Mhm Mhm. I love the KB! Weisst du komisch, wenn du den Angriff als Verteidiger verwenden könntest? Wäre lustig. Du weisst, der Gegner ist im anderen Raum. Und ich fühle mich einfach mal durch die Wand durch. Es wäre witzig, ja, aber... Ein Fun-Mode wäre witzig. Die einzige Problematik, die du vorholt hast, ist, dass die Angriffen kein Brot mehr haben. Was? Nein, musst du doch mal überlegen. Dann können eigentlich alle Angriffen... Alle Verteidiger müssen nur noch nirgends Fenster stehen. Und mit ihren Long-Range-Waffen können sie alle spawn-peaken, wo man läuft. Na gut, jetzt musst du aber erst zuerst arbeiten. Zweitens musst du alle verwitzen, bevor sie wissen, wo du bist. Das ist mit der Bewaffnung der Angreifer noch einfacher. Überleg mal, du brauchst nur ein winziges Loch und kannst mit dem... ...Gleis alles holen, was du willst. Mit einem Gleis, ja. Woher hast du das gesehen? Ähm, der, wo du von der anderen Seite des Gebäudes reinkommst. Ebenartig. Ah, da, ja. Okay, dann wird folgende Taktik gewandelt. Jetzt kommen wir da unten runter. Mal schauen, wo die sitzen. Hutsch! Lass mich öxeln. Okay, da ist frei. Okay. Okay, drohnst du alles ab? Die Duelette sind F-Reihe, aber irgendwann habe ich Steps gehört. Das ist F-Reihe. Hey! Das kann's doch nicht sein! Wo war's denn? Ella, auf der Stärke, wo ich raufkomme, ich habe zuerst noch abgeschaut. Ich habe zuerst noch mit der Drohne geschaut und dann kommt die F-Z-Zekte. Komm, du bist doch noch da. Du hast das Tier gesehen. Ah, zwischen auf der Stärke, oder? Ist sie noch da, oder ist sie nicht mehr da? Das ist jetzt die Frage. Ich habe keine Drohne mehr, die hat sie hier gemacht. Mhm. Der andere kommt jetzt die Stärke rauf, oder? Fuck! Sie ist noch da. Aber wo ist sie noch da? LOLL! Feindlich Abwehrung ins Raum, das einstellen! Ich habe die Tage angeholt, aber es geht nicht. Ist doch klar. Ich habe die Tage angeholt, aber es geht nicht. Wo hast du denn hier gesessen, wo sie da abgeschossen hat? Wie gesagt, auf der Stärke, aber da ist sie wieder weg. Ja, aber wo sie eh abgeschossen hat, meine ich. Achso! Gotti F***! Ja! Da ist es gemacht. Wo ist der Bock? Wo ist der Bock? Ah! Fuck! Mach auf! Seid ihr schon? Ja! Ja, Junge! Alter, das ist jetzt mehr Glück als Verstand gesehen. Auch direkt hochstehen. Das wird sau nice gemacht. Ganz nice. Ich habe Angst gehabt, dass ich Falsche habe. Und warum? Dass ich mich quasi selber umbringe. Das wäre es jetzt gewesen. Alter! Aber der andere, als der andere auf mich schiessen hat, der zweite, den ich weggemacht habe, ich hatte keine Ahnung, wo das am Anfang gesessen ist. Weil ich habe erst gesehen, dass ich angegriffen werde, als ich offen am Schiessen war. erst dann habe ich seine Figur überhaupt erkannt. Ich habe keine Ahnung, wo der vorher war. Ob der links oder rechts gesessen ist. Ah, ist der Leck mit dem Arsch. Ich habe keinen Zustand. Hier mal zu, vielleicht bringt es ja etwas. Das fandest du, musst du zu machen. Was? Ich habe jetzt gerade 30... Ich habe jetzt gerade 30 Schaden. Nein, nein, Marc, 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 Marc. Doch, 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 doch. Doch, stimmt. Hier. Hier. Aber warum hast du ihn dazu gebraucht? Ganz einfach. Ah, um die Ecke zu den Fallen zu bringen? Ja. Okay. Ah, ist das so richtig? Ah, das funktioniert nicht. Schade. 5 Sekunden. Fünf Sekunden. 5 Sekunden. Leider haben wir hier nicht wirklich Wände, die wir Fallen machen können. Ich denke, diese Taktik müssen wir mal verwenden, sobald, ähm... Alles klar, du magst, bewegen. Danke. Das kann auch auf alle sein, weißt du. Wo? Die haben sich schon auf die Gegenseite gekillt. Was soll ich dort oben aufmachen? Nein, das lasse ich zu. Ja, mach auf, mach auf. Spinnst du? Dann kommen die von oben runter. Ich aber auch. Okay. Ja, jetzt ist schick. Why? Because of small rebel. Irgendeine Idee, wo sie sitzen? Nein, ich seh nur noch zwei. Lachen wir nicht pushen. Nur noch ein Gegner in den Rücken. Was? Okay. Warum nicht? Wenn der einen jetzt allein holt, dann weiß ich auch nicht. Woops. Oh. Oh. Eigentlich sind wir nicht von oben laufen. Was soll ich bei dir oben sehen, ob? Mhm. The fuck? Heider chegou die. Die sind nicht. Was soll ich nur jetzt weg? Ach. Jakub Ich habe mal eine Militär, der Jakub heisst Ja gut, aber das war der Glück, dass der Saginal dort unten steht Ja, ich habe gesagt, Moment, so blöd ist doch keiner Feuer, Feuer, Feuer Ja gut, er kann ja natürlich nicht wissen, dass dort oben offen ist Nein, aber siehst du, was ich meine Die Takte ist recht effizient Wenn man den oberen Stock halten kann Ja, wenn es jetzt oben von vier Seiten reinkommt, wärst du dort gewesen Und wir hatten dann das Loch, das sie reinkommen konnte Korrekt Man steht und fällt damit, dass man den oberen Raum haltet Mhm, und steht und fällt mit dem Splitter von dem verdammten Türchen Tadaaa, jetzt muss es etwas dramatisch auszuzucken Ich sage, boi, 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 boi Jetzt gehen sie sich schon wieder gegen sie Jetzt gehen sie sich schon wieder gegen sie Es ist schon stärker, wie es geht nicht an Er kommt da an Ah ja, es ist halt ein Free-Win für uns Ist ja auch egal Na gut, es leben immer noch vier, gell? Also Ist das eine Kalle-Runde? Nein, ich habe einen Milano Der ist da Genau das meine Ja, und die Scheissung ist jetzt gekickt worden wegen zu vielen Kills Ja Beim zweiten Kills 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 wirst Weg Gefickt Und die anderen Ballen sich jetzt auch schon gegen sie gehen Aber trotzdem Aufpassen, weil Einfach schauen Einfach schauen Oh Alter Nein Das hast du aufgenommen Warte, warte, warte Wir sind nicht MVP Natürlich habe ich sie aufgenommen Das ist so geil, Alter Das ist so geil, Alter Sachen gibt's Oh, fack, genau Doch nicht Oh egal, es ist geil, aber genau Na wirklich Na wirklich